Hallo Leute, ich bin wieder zurück mit Paddel. Wir waren ja bei Kieselgur stehen geblieben. Wir hatten dieses Trinitrat geschafft und nach einer ganzen Folge dann, wir haben mit Kieselgur dann irgendwie angefangen. Ähm, aber das war jetzt nicht ganz so toll. Etwas ist da schon wieder Nitro-Glycerin dabei. Das bedeutet, es könnte schon wieder eine lange Folge werden. Okay, also jetzt weiß ich immerhin da schon, was ich machen soll. Und beim nächsten weiß ich auch, was ich machen soll. Und danach kann es ja heiter werden. Okay, nach vorne. Und dann aber nicht zu schnell nach vorne, das bedeutet... Äh, seit wann geht das Ding hier hoch? Ach du Scheiße. Neustart. Seit wann geht das Ding da auch noch hoch? Letztes Mal ist es nur runtergegangen. Okay. Was ist das? Shit, schaffen wir das Ja, das schaffen wir, oder? Das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Alles durch, perfekt. Und, aber jetzt wieder stehen bleiben, jetzt wieder stehen bleiben, stehen bleiben. Langsam, langsamer, langsamer, langsamer und, und, gut. Okay. Wir wollten ja jetzt nur ein kleines bisschen nach vorne schicken. Irgendwie so ein kleines bisschen. Okay. Schon wieder sowas. Dann muss ich jetzt in die andere Richtung. Nein, nicht da runter. Okay, jetzt geht's hier hoch. Diesmal ist es nicht ganz so schwierig, wobei, es könnte ja noch schwierig werden. Das andere, muss ich da jetzt langsam runter, oder? Ich finde nicht, dass ich da irgendwo durchspringen muss. Nein, langsam runter, haben wir gesagt. Nein, wir müssen, wir brauchen ein richtiges Speed, aber nicht zu viel Speed. Okay, das ist ja ganz gut geklückt. Oh. Kacke. Kacke. Oh, nein. Ach, nee, da ist es ja schon zu Ende. War gut, ist doch ganz gut geklappt. Hat ja ganz gut geklappt. Schaffen wir vielleicht dieses Mal doch ein bisschen mehr. Und eine silberne Schokolade. Ich hab da also gesehen, wir hätten natürlich auch immer im Expertenlevel spielen können. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dann hätten wir nicht nur Schokoladenmünzen bekommen jetzt. Tja, aber jetzt ist es so, jetzt haben wir halt schon so angefangen. Dann wäre das noch ein bisschen anspruchsvoller gewesen. Und ich glaube, das verträgt sich nicht so ganz gut mit mir. Wobei, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hätten wir dann halt nicht nur silberne Schokoladenmünzen bekommen und auch goldene und auch bronzene, sondern hätten dann halt richtige Medaillen bekommen und hätten wir dann auch irgendwie... Ah, was Neues. Fruchtsaft und Technetium. Was auch immer das ist. Strömung wechselt zwischen links und rechts. Erschaffe eine ausbalancierte Mischung, um den perfekten Cocktail zu kreieren. Was soll ich machen? Achtung. Ey, was kann ich jetzt machen? Was soll ich das jetzt machen? Was soll ich das jetzt machen? Was soll ich das machen? Ach, du Kacke. Was mein Glas hier gerade für Stunts macht. Ich glaube, ich muss da ein bisschen vorsichtiger hier rangehen irgendwie. Super, jetzt kommt es wieder von der anderen Seite. Doch, ich bleib diesmal ein bisschen hier. So, was soll ich jetzt machen? Soll ich das Glas ganz füllen oder wie? Es kann ja sein, dass es ein bisschen rutschiger wird. Es ist Zeit, wenn da mehr Flüssigkeit drin ist. Ich habe ja, großartig. Hier float es los. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe irgendwie immer noch nicht so ganz begriffen, was ich jetzt machen soll. Irgendwie ich soll den Becher füllen, aber was dann passieren soll jetzt? Muss ich das ganz füllen bis hier zum oberen Strich, oder? Okay, vom Gelben kann noch ein bisschen was rein. So muss ich das dann ganz bis oben hin füllen, oder wie? Das wackelt schon ganz schön hier. Ach so, das war jetzt das Ende vom Labor. Ah, okay. Cool, cool, cool. Ja, das finde ich jetzt ja... Ja, gut, okay. Das war mal wieder... Also es kommt irgendwie immer so am Ende, kommt dann irgendwie so ein langwieriges Level, das irgendwie total uninteressant ist, sondern irgendwie total langwierig ist. Und, ja... Nächstes Level machen, denke ich mal. Ja, da reicht uns die Zeit echt noch für... Können wir gleich in dieser Folge das nächste anfangen. Aha. Technetium. 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 Ja, äh... Besonderheit löst sich bei Kontakt mit rückfließendem... Äh... Magensäure auf. Schützt dich, wenn die Kamera zu wackeln beginnt. Aha, okay, jetzt sind wir also im Menschen. Ich hab ja nicht gesehen, wie dieses Ding jetzt heißt, aber... Ja, ich weiß jetzt echt nicht, was dieses Technetium ist. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, ich weiß jetzt echt nicht, was dieses Technetium ist. Äh, ich versteh... Ich versteh jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, was das... ...das machen soll. Ja, ich soll jetzt hier durchfließen. Ja, das ist mir schon klar, aber irgendwie... Ist die Kamera auch noch weg. Und meine obere Flüssigkeit. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich sollte mich schützen. Okay, das Buch ja gerade irgendwie an den Rand zu gehen. Ja, super. Ah, okay, das obere Zeug ist wieder mitgekommen. Ja, wie soll ich, was soll ich... Ja, ey, ich will hier weiter runter. Was soll ich jetzt machen? Ach so, okay. Das war jetzt scheiße, weil wir haben jetzt alles hier verloren. Okay, jetzt kommt es ein bisschen mehr mit Rätseln. Jetzt ist es nicht mehr... Also, das war jetzt gerade... Kann ja sein, dass ich es irgendwie schneller rausgefunden habe. Das ist irgendwie gerade nicht so ganz geblickt, was ich jetzt genau machen soll. Das ist echt so ein bisschen verzwickt in so Menschen drin. Okay. 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 Ist ja nett, dass der mir immer zeigt hier, dass ich alles richtig gemacht habe und so weiter. Nein! Ach du Scheiße. Ja, Mann. Es wackelt hier ja alles. Ah, sieht doch ganz gut aus. Das haben wir doch auch super gemeistert. Naja, knapp. Aber trotzdem war es eigentlich ganz gut. Ah ja, und Silber haben wir immerhin auch bekommen. Schokolade jedenfalls. Ach komm, wir machen noch eins. Ähm, Flüssigkeit. Immer noch dieses Ding hier. Ich will echt wissen, was das ist. Ja, das wissen wir ja. Dass es sich mit Magensäure auflöst. Ach du Scheiße. Okay, da muss man jetzt wahrscheinlich langsam runter. Langsam habe ich gesagt, aber naja. Okay. Ist echt verzwickt da drin, hier rumzufließen. Ach so, ich sollte jetzt glaube ich auf den Boden gehen. Nö, doch nicht. Okay. Also, ich muss mich auf den Boden gehen. Okay, das war ganz gut jetzt. Haben wir es ganz gut überlebt. Na, überlebt ihr. Also, wir haben es halt. Ja. Irgendwie bewegt sich dieses Zeug immer. Ich glaube, das Gefühl, wir sind ja nicht arg weit vorangekommen. Wir sind wahrscheinlich immer noch in dem gleichen Gängen wie gerade eben auch. Ach du Scheiße, ich glaube, ich muss mal nach rechts. Okay, ich probiere das jetzt mal in einem geraden Wink nach unten zu sch... Na gut, in einem geraden Wink. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, gleich draußen hier. Ja, also, das haben wir ja super gemacht hier. Gleich im ersten Durchlauf hier. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Na ja, klar. Jetzt bleibe ich hier mal ruhig liegen. Da hinten ist schon der Exit. Also, ich glaube, ich darf da unten jetzt nicht rein. Dieses X darf ich, glaube ich, nicht rein. Ist ja nett, wie die Dinger oben auch mitschwingen. Also, ich glaube, ich bleib nochmal auf dem Boden liegen. Ja, ich würde mal sagen, wir haben es doch geschafft hier. Oder? Jetzt bin ich nur mal gespannt, was wir jetzt auch hier für Score haben. Hm. Was? Nun, äh, der spinnt ja hier. Also, ja, ich sag da mal nichts dazu. Aber na ja. Ähm, ich hoffe, euch hat diesmal... Irgendwie ist die Folge gefallen. Die letzte war ja nett so, der Hit. Habe ich ja nichts hinbekommen. Ähm, und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ähm, wir haben ja jetzt die letzten... Wir sind jetzt hier... Ja, es würde mich doch interessieren, wie dieses Ding hier heißt jetzt. Das schaue ich jetzt erst nochmal. Bevor ich jetzt hier die Folge beende. Wird geladen. Ja, gut. Ähm... Spielen. Menschlicher Körper. Okay, war doch irgendwas mit Mensch. Gut. Also, dann hoffe ich mal, ihr schaltet wieder ein. Wenn wir dann wieder den menschlichen Körper durchnehmen hier... Ist ja schon fast wie hier in der Schule irgendwie. So Baumschule auch. Labor, Wasserlauf. Erinnert mich irgendwie dran. Naja. Also, dann hoffe ich mal, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Ja, dann also bis zum nächsten Mal. Ja.